Hallo und herzlich willkommen zur Naturheilschule im Gespräch und mein Gast ist heute Petra Nadolny. Hallo Petra. Hallo Adila, ich freue mich dabei zu sein. Unser Thema ist heute Hochsensibilität und was mit uns dabei geschieht, was im Körper passiert. Und ich würde dich direkt mal fragen, bist du hochsensibel? Bin ich. Und das war für mich auch eine totale Erleichterung, als ich dann das einordnen konnte. Dieses mein Wesen, mein So-Sein-wie-ich-bin, dass ich nicht alleine so bin. Dass ich weiß, es gibt irgendwas. Und was waren deine eigenen ersten Entdeckungen mit diesem Thema? Also wie bist du in dieses Thema immer mehr hineingekommen? Also gerade eben jetzt auch aus der Perspektive, wie hast du dann immer mehr auch verstanden, was im Körper passiert? Ja, also erstmal war das die Hochsensibilität. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgend so ein Hype. Man hat das ja vor Jahren überall gehört. Überall war auf einmal dieses Thema Hochsensibilität. Und da habe ich für mich so gedacht, schon wieder irgendetwas, irgend so ein Hype. Und ich weiß gar nicht mehr, wodurch ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe und habe mich da selber erkannt. Es geht bestimmt ganz vielen so, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, dass sie denken, Mensch, spricht der oder diejenige jetzt über mich oder hat die über mich geschrieben? Und das fand ich so spannend, weil dann wirklich diese ganzen Themen, die ich so auch von meiner Kindheit her noch kenne, auf einmal einen Grund hatten. Und ich fand dieses Thema so faszinierend, dass ich also sämtliche Bücher verschlungen habe. Und dass es immer noch so ist, dass ich auch so an Kongressen teilnehme und dass ich mich immer weiterbilde, weil ich finde die menschliche Psyche sowieso interessant. Und das Thema, ja, das war einfach meins. Also ich hatte so das Gefühl, dass es einfach mein Thema ist. Und was passiert im Körper, wenn wir mit Hochsensibilität sprechen? Ja, erstmal alle Hochsensiblen wissen ja, dass wir als Hochsensible sehr, sehr stressempfindlich sind. Ganz viele Dinge, die normal sensibler als völlig normal hinnimmt, ist für uns zum Teil schon sehr schnell überfordernd. Was direkt in unserem Körper passiert, kriegen wir ja so gar nicht mit. Das kriegt man eigentlich erst mit, wenn man weiß, eben was passiert im Körper. Und man weiß ja mittlerweile, dass unser Gehirn oder beziehungsweise der Thalamus die Eindrücke, die wir aufnehmen, filtert. Also das ist wie so ein Tor, was dann sagt, das ist uninteressant, das lassen wir mal nicht durch. Und was interessant ist, das lassen wir durch. Und bei uns Hochsensiblen ist es so, dass dieses Tor eben sperrangelweit auf ist und das alles rein kann. Dass wirklich alles durch kann, was natürlich auch im Körper verarbeitet werden muss. Das heißt, was ganz, ganz schnell zu Stress führt. Diese ganze Kaskade eben vom Thalamus angefangen bis zu den Nebennieren in Stress ausartet. Was normalerweise ja auch so gewollt ist, was auch okay ist, aber was bei uns eben sehr, sehr viel mehr ist. Und dieser Stress verbraucht unheimlich viele Nährstoffe. Und das ist eigentlich auch ein ganz großes Thema der Hochsensiblen. Wir brauchen mehr Nährstoffe. Wir haben einen ganz hohen Verbrauch an bestimmten Nährstoffen, weil wir eben diese Nährstoffe brauchen für die Mitochondrien, damit wir leistungsfähiger sind, was bei uns ganz schnell abnimmt, für die Neurotransmitter, aber auch für die Hormone. Und das spielt alles im Körper ja ineinander. Und was ich aber wieder positiv finde, was im Körper auch passiert, wenn wir uns auf die Hochsensibilität einlassen. Und wenn wir es schaffen, was ganz, ganz schwer ist, aber wenn wir es schaffen, auf unseren Körper zu hören, mal so in uns hinein zu hören, dann kriegen wir schon ganz früh mit, da stimmt irgendetwas nicht. Also der Körper sagt uns dann irgendwie, stopp, ich kann nicht mehr. Oder auch bei einer Krankheit, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Also so rein theoretisch, wenn wir es schaffen würden, so auf unsere Intuition zu hören und mal den da oben abzuschalten, kriegen wir viel eher mit als normal sensible Menschen, dass da jetzt irgendwas sich anbahnt, dass eine Krankheit kommt, dass der Körper sagt so, stopp, stopp, ich will nicht mehr. Also es passiert ganz viel in unserem Körper, was wir aber so, wenn wir es nicht wissen, eigentlich dann gar nicht unbedingt mitbekommen. Könnte man sagen, dass Hochsensibilität dann so eine Art höhere Sensibilität auf die zu verarbeitende Information ist? Wenn wir das jetzt so... Ähm, nein. Also wie gesagt, wenn ich derjenige oder wenn ich jemand bin, der es gelernt hat, aufs Bauchgefühl, auf die Intuition, auf den siebten Sinn sozusagen zu hören, dann ja. Ja, aber kennen viele sicherlich, wir Menschen sind so voll gedröhnt von Informationen, die man bei Hochsensibilität sowieso, aber auch von der Akustik, von außen, von... Es ist ja überall, werden wir ja beschallt und wenn wir durch die Stadt gehen, haben wir überall Informationen. Das macht uns natürlich dicht und dann können wir nicht mehr unbedingt so gut in unserem Körper hören. Also es ist schon ein Lernprozess. Es ist etwas, wo, ja, was wir erarbeiten müssten, müssen sie dann selbst überlassen. Aber wenn man es einmal kann, wenn man wirklich es geschafft hat, auf seinen Körper zu hören, gibt es auch ganz schöne Übungen für, dann, ja, dann ist es so, dass wir sensibler auf Dinge reagieren. Wobei ich noch ganz kurz anmerken muss, es ist nicht so, dass Hochsensible besser hören können, besser sehen können, besser riechen können. Nö, können sie ganz genauso wie Normalsensible auch, aber sie nehmen halt sehr viel mehr auf. Also meine nächste Frage hast du schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können wir das noch so ein bisschen runter machen. Woran erkennt man Hochsensibilität? Und zwar nicht nur bei sich selber, sondern auch zum Beispiel bei einem anderen Menschen. Was sind so jetzt wirklich mal die Merkmale, wo man sagen kann, du bist hochsensibel oder hast zumindest einen Hang, hochsensibel zu sein? Ja, also es ist schwierig, weil es gibt auch andere, es gibt zum Teil Erkrankungen oder auch andere Wesensmerkmale, die sehr ähnlich sind mit der Hochsensibilität. Es gibt aber, wenn man sich mit sich selber oder mit einem Partner intensiver, also mit dem Gegenüber intensiver auseinandersetzt, es ist erstmal diese ganz, ganz tiefe Empathie, die da ist. Jeder Mensch ist mehr oder weniger empathisch, natürlich. Das soll jetzt nicht heißen, dass Nichtsensible oder Normalsensible keine Empathie haben. Doch, natürlich. Aber bei den Hochsensiblen geht das extrem in die Tiefe. Es ist also ganz, ganz, ganz tief. Es geht so weit, dass wir auch Empathie haben mit, ja, selbst mit Pflanzen. Gehen wir mal auf meinen Bereich. Selbst mit Pflanzen oder mit Pflanzen, die, also mir geht es zum Beispiel so, ich wohne hier mitten im Wald, der wird regelmäßig mal durchforstet. Und jeder kennt das, der das auch schon mal gesehen hat, dann gehen die mit ihren großen Harvestern da rein und knicken auch diese kleinen Bäume um. Das tut mir total leid. Also ich spüre so richtig so eine tiefe Traurigkeit. Dann ist es das Hochsensible, viele Dinge tiefer verarbeiten. Also das heißt, sie gehen in die Tiefe. Das, bei Gesprächen hört man das ganz häufig raus, dass sie nicht so oberflächlich bleiben, sondern das wirklich dieses Was-wäre-wenn, also so richtig schön in die Tiefe gehend. Das ist ein ganz großes Merkmal. Dann auf jeden Fall die sensorische Empfindlichkeit. Zum Beispiel dieser Wollpullover. Ich habe extra was drunter, weil der kratzt oder so Berührung. Wenn man ständig auf einer Stelle, wenn man zum Beispiel vom Partner gestreichelt wird und man ist ständig auf eine Stelle, das ist nachher sehr, sehr unangenehm. Auch überhaupt, wenn ein gutes Beispiel, finde ich, wenn man Auto fährt im Sommer, in der Straße langfährt und die von Bäumen gesäumt ist und dann dieses ewige Licht flackern, oder was man früher so in der Disco hatte, dieses Licht, macht einen irre. Aber das kann man nicht sofort, ich kann nicht jemandem gegenüberstehen und sagen, oh, du bist hochsensibel, sondern das muss im Gespräch herauskommen. Und dann gibt es ja diese Tests, die es mittlerweile schon überall gibt, sind sie hochsensibel oder nicht. Den kann man machen, aber das ist keine hundertprozentige Aussage. Es geht eine Tendenz dahin, aber man kann nicht sagen, ich habe jetzt so und so viele Punkte von so und so viel und dann bin ich hochsensibel. Okay. Und was genau passiert jetzt im Körper? Wie muss man sich diesen Ablauf vorstellen? Also ein bisschen hast du es jetzt schon angerissen, aber ob wir das noch ein bisschen vertiefen könnten? Also ein hochsensibler Mensch, wie ich ja eben auch schon sagte, lässt ja alles rein. Und das heißt, man spürt als hochsensibler Mensch, dass man ganz schnell überfordert und gestresst ist. Also so Dinge wie, nehmen wir mal das Licht, was ich gerade gesagt hatte beim Autofahren oder ich bin irgendwo bei einer Veranstaltung und da haben wir ständig diese Lichtimpulse. Das ist am Anfang, also eine kurze Zeit ist das noch in Ordnung und dann fängt es an, extremst zu nerven. Also dann haben wir wirklich dieses Gefühl von Stress. Oder auch selbst Musik oder so laute Musik. Oder wir unterhalten uns. Wir sind in einer Gruppe, wir unterhalten uns. Und dann kennt das ja jeder, diese Stimmen, die von allen Seiten kommen, ist extrem schwierig, weil es vielen hochsensiblen ganz schwer fällt, sich auf eine Informationsquelle zu fokussieren. Man kriegt von allen mit. Man kriegt irgendwo Bruchstücke immer von allen mit. Und man ist überall. Und das macht, das stresst. Man hat wirklich das Gefühl, man ist jetzt richtig, richtig gestresst. Man möchte nur raus, man möchte Ruhe haben, man möchte einfach mal durchatmen. Also man hat wirklich das Gefühl, was eigentlich jeder kennt, der irgendwo gehetzt wird, gestresst wird. Es ist allerdings so, dass auch Hochsensible unterschiedlich sind. Also da, wo ich jetzt aussitze, wo ich jetzt sage, ich mag nicht mehr, kann jemand anders, der hochsensibel ist, entweder schon vorher ausgesetzt haben oder sagen, ach, ein bisschen kann ich noch. Also es ist wirklich individuell von Mensch zu Mensch. Aber es ist halt so, dass wir wirklich diese typischen Stresssymptome haben. Also der Blutdruck geht hoch. Also dieses, als wenn wir, wir es ja von früher kennen, als wenn wir jetzt Panik und weg. Das entsteht im Körper des Menschen und viele, oder das hochsensible Menschen und viele Hochsensible haben halt einfach das Problem damit, weil sie nicht so lange durchhalten, weil sie nicht das aushalten können, was der Mensch heutzutage eigentlich aushalten muss. Es gibt ja so ein, der Idealmensch in der Gesellschaft ist ja sowieso der, der multitaskingfähig ist. Das ist so dieses typische Wort, das war ja auch so, ach, ich schaffe das, bin multitaskingfähig. Das ist so, das ist so innen. Man war toll, wenn man zehn Dinge auf dem Mal machen kann, können viele, viele Hochsensible nicht. Ich kann es auch nicht. Ich habe es, Beispiel, ich habe es immer gewollt. Ich fand das immer, oder als ich noch, gut, jetzt bin ich selbstständig, aber als ich vorher noch im Angestelltenverhältnis war, ich habe die immer beneidet, die so ruhig geblieben sind, wenn dann wirklich vieles auf einen einstürmte. Das musst du doch auch können. Kann ich aber nicht, geht nicht. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren und die dann gut und dann kann das Nächste kommen. Also das ist wirklich richtig, richtig Stress, richtig. Man ist hinterher K.O. Also man muss sich dann zurückziehen und dann auch nicht so, wie viele das kennen, meinetwegen, man hat jetzt einen stressreichen Arbeitstag hinter sich oder eine lange Autofahrt und ich lege mich mal eine Viertelstunde hin und dann ist alles wieder gut. Ist nicht. Also das braucht wirklich, wirklich länger, bis man dann wieder das ruhige Level erreicht hat. Okay. Und was kann man denn tun? Also wenn man als Hochsensibler eben so einen Stress, so eine Reizüberflutung, wenn einem das wieder fährt, welche Tools hat man da? Welche Mittel hat man da? Also da gibt es ganz viel, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat. Ideal wäre natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man schon merkt, es wird mir jetzt zu viel, sich mal so ein bisschen rauszunehmen und da dann, da tut es wirklich mal so die fünf bis zehn Minuten einfach mal Ruhe, wenn es auf dem Klo ist, also wirklich einfach nur mal tief durchatmen und zur Ruhe kommen. Das dann aber am besten, wenn man, gerade wenn man merkt, es wird mir jetzt zu viel. Wenn ich schon voll gestresst bin, dann nützen mir die fünf Minuten auf dem Klo auch nichts mehr. Was man allerdings auch gut machen kann, man kann mit Düften arbeiten. Es gibt ganz viele Düfte, also ätherische Öle, die so diesen Stresslevel runterfahren. Es kommt aber immer darauf an, mag man den Duft oder mag man nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, so zum Beispiel Lavendel beruhigt. Es gibt aber sicherlich den einen oder anderen, der sagt, Lavendel erinnert mich immer so an den Kleiderschrank meiner Oma und da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also macht dann eher Stress. Es gibt aber so Düfte wie, also ich für mich kann jetzt sagen, so diese süßen Düfte wie Vanille Tonka oder einen Rosenduft. Und wenn man dann, es gibt so kleine Riechstifte, die kann man aufschrauben, da ist so ein Patch drin. Wenn man da jetzt so zwei, drei Tropfen drauf tropft und wenn man dann im Stress ist und einfach mal diesen Riechstift, ja mal so eins, zwei, drei mal tief einatmen, also das ist schon etwas, was man jetzt kurzfristig machen kann, man kann aber längerfristig dann noch wirklich dafür sorgen, dass man richtig gut von der Ernährung dasteht, also sprich mit den Nährstoffen, dass unsere Neurotransmitter, dass sowas wie Serotonin wirklich gut da ist und dann hilft, das Ganze zu überstehen. Also im Idealfall wäre es natürlich am besten, wir könnten mal eine Auszeit nehmen. Ist nicht immer möglich. Also Auszeit, Duftstoffe und Nährstoffe hast du ja auch schon gelernt. Gibt es da so eine Art Schnellhilfe oder ist das eher etwas, das man regelmäßig machen sollte? Also die Duftstoffe sind meiner Meinung nach eine Schnellhilfe. Also wirklich, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Duft, den finde ich ganz toll und alleine auch durch dieses tiefe Einatmen. Dieses ist ja auch das, was die Raucher so gerne zum Rauchen nehmen oder weswegen sie gerne rauchen, wenn sie Stress haben, einfach dieses tiefe Luft holen, um sich runterzufahren. Also das auf jeden Fall. Wenn wir die Möglichkeit haben, können wir natürlich auch mal so ein bisschen so meditieren oder Entspannungsübungen machen. Da müssen wir nicht mal den Platz verlassen, wenn wir da die Möglichkeit haben, wenn wir am Arbeitsplatz sind, am Rechner sind und wenn eben nicht gerade jemand mit mir spricht oder ich nicht gerade in einer Videokonferenz bin, aber dass ich dann wirklich mal, ja, und wenn ich einfach mal so eine Reise durch den Körper mache in Gedanken, dass ich einfach mal runterkomme oder ich weiß noch, früher als Kind habe ich mir ganz viel, ich bin ganz viel so, ja, in Gedanken gewesen und habe so in Tagträumen war ich ganz häufig und selbst das, früher habe ich mal gedacht, das ist doof, das ist einfach so ein Fliehen aus dem Hier und Jetzt, aber selbst die Tagträume würden uns helfen, wenn wir es denn können, wenn wir es vom Kopf her können, einfach mal fünf Minuten zu entspannen. Vielleicht kann man auch eine eigene Duftreise machen. Also eine Duftreise kennt vielleicht so der eine oder andere, da ist dann jemand anders, der spricht und man selber stellt sich das vor, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem stressigen Alltag bin und ich hätte jetzt so ein Duft, so ein Riechstäbchen mit meinetwegen einer Zitrone und ich stelle mir einfach vor, ich bin irgendwo im Süden, ich bin an einem Zitronenbaum, pflücke mir eine Zitrone und rieche dann dieses, dieses, an diesem Riechstift, selbst das fährt uns schon so ein bisschen runter, aber man muss es wirklich vorbereiten, man muss darauf vorbereitet sein, man muss die Dinge ja immer bei sich haben und es ist leider nicht immer machbar. Ich kann nicht, wenn ich in einer Konferenz bin, sagen so, stopp, ich muss jetzt mal eben meinen Riechstift nehmen und auf einer Duftreise gehen. Geht nicht. Da muss ich dann wirklich hinterher mir dann die Auszeit nehmen und das ist dann ein bisschen länger. Gibt es da Praktiken zum Beispiel für den Hochsensiblen, zum Beispiel am Abend, was macht man am Abend am besten, um den Tag zu verarbeiten, um ruhiger schlafen gehen zu können oder eventuell am Morgen, hast du da so Praktiken? Also am Abend ganz wichtig und das fällt vielen so schwer, nicht bis ganz spät in der Nacht Fernsehen gucken oder hier so das Handy mit ins Bett nehmen und da dann noch, weil das ist alles, was uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Also ich würde vorschlagen, am Abend vielleicht mindestens eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehen möchte, mit Entspannungsübungen oder wer die Möglichkeit hat, im Sommer, wenn man dann vielleicht auf dem Land wohnt, einfach nochmal so einen Spaziergang durch den Wald zu machen, um wirklich mal den Kopf abzuschalten, weil das ist nicht so einfach und mal wirklich runterzukommen. Und am Morgen, da würde ich einfach mir die Zeit nehmen, ruhig zu starten. Also nicht so wie vieles machen, aus dem Bett springen, schnell sich anziehen, zwischendurch eine Tasse Kaffee trinken und dann los. Können wir nicht, geht nicht. Ich meine, wir können es schon machen, aber dann ist der ganze Tag wirklich im Stress. Sondern einfach in Ruhe Kaffee zu trinken, selbst wenn man kein Frühstückstyp ist, bin ich auch nicht, aber sich hinsetzen, wenn ich nur eine heiße Tasse, was weiß ich, Tee, Kaffee oder Sonstiges habe, aber um den Tag wirklich in Ruhe zu beginnen und auch nicht mit dem Fernsehen im Hintergrund, mit dem Handy schon, was muss ich alles machen, das kommt alles noch früh genug, sondern dass man den Tageseinstieg und auch den Ausklang ganz ruhig macht. Weil, das ist mir noch ganz wichtig, die Hochsensibilität ist ja von der Natur gewollt und die macht ja nichts, was nicht irgendwie passt. Nur, wir leben nicht mehr mit der Natur. Wir Menschen sind eigentlich Teil der Natur, aber wir haben es geschafft, dass wir die Natur extra sehen, dass wir losgelöst sind von der Natur und dass wir, das finde ich ganz wichtig, gerade für Hochsensible, dass wir den Rhythmus der Natur nicht mehr leben. Also sprich, wenn wir, gut, geht vielleicht ja auch schlecht, aber wir kommen jetzt in die Herbstzeit, in die Winterzeit. So, da haben wir früh, also lange dunkel und früh wieder dunkel. Wir haben eine kurze Tageszeit. Die Menschen früher hatten dann eine ganz kurze Zeit, wo sie, ja, was machen konnten, wo sie arbeiten konnten und viel, viel, viel Ruhe. Wir sind generell so, dass wir den Tag, die Nacht zum Tag machen, dass wir, wie viele habe ich schon gehört, oh, ich kann nachts am besten und ich brauche ganz wenig Schlaf. Nee, wir brauchen den Schlaf. Und auch diejenigen, die sagen, oh, ich komme mit ganz wenig Schlaf, klar, glaube ich nicht. Der Körper wird sich irgendwann mal melden. Und das ist einfach das, weil wir gehen konträr des Rhythmus der Natur. Wir machen die Nacht zum Tag, wir legen überhaupt keine Ruhephasen ein, was jeder Mensch früher, jedes Tier, wo es im Übrigen auch Hochsensible gibt, macht. Und wenn es nach dem Mittag ist, mal so eine Ruhepause. Wenn ich sage, oh, ich lege mich nach dem Mittag mal hin, dann heißt es gleich, oh, das ist schon alt. Also das ist, wir leben wirklich konträr des natürlichen Rhythmus und das ist wirklich was, was uns nicht unbedingt gut tut. Und du bietest auch einen wundervaren Kurs zu diesem Thema an. Was kann man bei dir in diesem Kurs erlernen? Eigentlich versuche ich alles, was heißt eigentlich, ich versuche alles über die Hochsensibilität in vier Blöcke zu packen. Das ist ein bisschen schwer, aber wir haben am Anfang, erzähle ich, was die Hochsensibilität überhaupt ist, wo es herkommt, wie man sie erkennt. Dann gucken wir uns ein ganz wichtiges Thema an, die hochsensiblen Kinder, weil das finde ich extrem wichtig, gerade die Kinder, die im Kindergarten und in der Schule sind, weil ich kenne es ja selber von mir, alle Kinder werden gleich behandelt, ist ja auch im Grunde gut, aber man sollte als Pädagoge schon wissen, dass hochsensible Kinder ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, das Thema. Und vor allem, weil ADHS, ADS, Hochsensibilität zum Beispiel, sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich habe immer so das Gefühl, dass dieses Thema ADHS sehr, sehr schnell da ist. Also ein Kind, was meinetwegen nur hochsensibel ist, wird auch in diese Schiene geschoben. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann schauen wir uns die Gesundheit an. Also hochsensible sind jetzt nicht per se kränker als normalsensible, aber sie haben halt den Hang zu Stress, Stress, Burnout, Depression. Also das geht ganz leicht da in diese Richtung. Und was ich ja eben auch schon erwähnt habe, wir brauchen wesentlich mehr Nährstoffe als normalsensible, weil wir einfach in diesem Stress sind. Was natürlich normalsensible, die im Burnout sind, auch brauchen. Und im letzten Teil schauen wir uns mal an, die Hochsensiblen in der Therapie. Also wenn jemand Heilpraktiker ist oder psychologischer Berater oder wie auch immer, wenn dann der Hochsensible in meine Praxis kommt, auch mit dem Thema Hochsensibilität in der Partnerschaft und was hatte ich noch? Hochsensibilität in der Partnerschaft war da noch und dann war noch ein Thema. Lasst euch überraschendfristig jetzt gar nicht. Ich habe so viel geschrieben, dass ich, als ich fertig war, gedacht habe, diese vier Blöcke reichen gar nicht. Ich möchte einfach, dass dieses Thema, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema nicht so negativ rüberkommt. Ich kenne so viele Menschen, mit denen ich es zu tun habe, mit dem Thema Hochsensibilität, die einfach immer nur das Negative sehen. Ja, es gibt negative Sachen, aber wenn man das richtig angeht, ist die Hochsensibilität einfach eine Gabe, dann sollte man das als Gabe sehen. Es ist nichts Besonderes, das sind keine besonderen Menschen, aber wir können es für uns nutzen und das ist mir so wichtig. Und weil es ja nun auch mein Thema ist, ich komme ja nun aus dem Bereich der Natur und ich möchte das auch verbinden, dass die Natur uns da sehr, sehr stark unterstützt. Okay, lieber Peter, vielen, vielen Dank für diesen ganz, ganz tollen Einblick in diese wunderbare Welt. Gerne. Und da hätten wir ja auch gleich ein paar Themen, an denen wir ansetzen könnten, aber das machen wir nächstes Mal. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch ein Dank an unsere Zuschauer für die Zeit. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Vielen herzlichen Dank und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.